Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und einen super tollen Vatertag, liebe Herren, die hier auf diesem Kanal sind. Ich wünsche euch von ganzem Herzen alles, alles Liebe, alles, alles Gute und wenn du Papa bist, besonders einen schönen Tag. Wir machen auf Wunsch von vielen Leuten, die in Bitcoin investieren möchten oder einen Short mit mir eventuell mitgemacht haben. Ich mache ein ganz kurzer Update zum Bitcoin, falls es dich interessiert, würde mich freuen. Bis gleich. Ja, erst einmal herzlichen Dank, meine Lieben, für euren Kommentaren, euren Feedback zum letzten Video. Ich freue mich wirklich auf euren Feedback. Ich will immer wissen, natürlich, wie viele Leute hier auf dem YouTube, natürlich, ich sehe ja, wie viele Views da hat, aber wie viele Leute tatsächlich auch mitmachen oder für die ist das hilfreich. Ich weiß, dass in Deutschland nicht jeder, der mag, der liken oder auch kommentieren, kenne ich, kenne ich zu gut. Meinen Unternehmer kenne ich auch, das ist halt die Mentalität, aber ich würde mich total freuen, denn wenn ihr mir Feedback gebt, kann ich hier auch entsprechend reagieren, Sachen machen, die euch interessieren oder natürlich auch noch im Investmentbereich oder im Tradingbereich natürlich sehr viel, also so viel wie es mir möglich ist, auch Hilfe sein. Ich danke euch für euren super lieben Feedback vor allem. Also, ich bin froh, dass ich euch habe und ich bin froh, dass ihr so mir zur Seite steht. Ich danke euch und lasst uns jetzt mal ganz kurz unseren Bitcoin machen. Bevor ich das mal auch noch losgehe, ich wollte mal einfach zum Frank Thelen sagen. Also, ich bin totaler Fan von Frank Thelen. Ich bin selbst ein Erfinder, ich bin selbst jahrelang vor diesem Monitor mein System gebastelt. Ich bin totaler Fan von ihm. Aber, aber, das ist genauso, wenn ich jetzt beginne, Dinge zu machen, die ich überhaupt gar keine Ahnung habe und ein paar Berater natürlich dazu hole, die mir sagen, wo es lang geht, es geht immer schief. Wenn man selbst von der Sache keine Ahnung hat und nur begeistert ist, dann soll man erst einmal bei der Begeisterung bleiben oder von vornherein Leute reinholen, die tatsächlich auch von der Kurs Ahnung haben. Also, es ist nicht so, jeder, der natürlich technologiebegeistert ist, auch versteht, was Börse ist. Börse ist ein komplexes Thema und gerade Frank Thelen musste sowas sehr gut verstehen, dass es jeder, jeder Bereich Seins hat und so wie ich nicht in seinen Bereich reingehe, er sollte auch nicht ohne Ahnung in unseren Bereich reinkommen, denn Börse zu sein ist ein anderer. Und das ist zumindest mal meine Kritik bei allem, so viel Verstand und so viel Hirn, der diese Person besitzt, warum der sich auf sowas eingelassen hat, also nur klarzustellen. Er hätte mich halt einfach engagieren sollen, hätte ich gesagt, erst einmal das ganze Geld erst einmal auf Short Selling und dann schauen wir mal, wann wir investieren. Naja, ich glaube an seine Idee, aber er war in falschen Zeiten, falschen Moment, falscher Berater würde ich sagen. Okay, lasst uns mal, es ist zumindest mal meine persönliche Meinung, muss ihm überhaupt nicht interessieren, was ich dazu sage. So, ich verlinke euch noch einmal für diejenigen, die das nicht kennen, ich verlinke euch meine Analyse von Januar, meine schriftliche Analyse. Meine Analyse gilt seit November 2021, die ich persönlich meinen Shorts überall bekannt gegeben habe. Ich habe mein Nasdaq Short gezeigt, ich habe dann im Januar mein DAX Short gezeigt und habe auch mein Bitcoin Short gezeigt. Auf keinen Fall würde ich jetzt longen. So, das war mein, ich hätte auch, ja, auf die Nase bekommen können mit meinen Berechnungen und mit meinem System, aber who cares, das ist meine Meinung dazu und ich habe die öffentlich rechtzeitig gesagt. Am 22. November habe ich ganz klar gezeigt, dass ich den Nasdaq geshortet habe und habe kommuniziert, das Ding bleibt als Swing. Ich baue Swing Positionen auf, ich habe DAX Positionen gezeigt und im November habe ich auch mein Bitcoin Positionen gezeigt. Ich weiß viele Leute, die sich ganz groß getönt haben, dass sie wow und buy and hold und nochmal, nochmal ein Alltime High und so weiter, haben auch plötzlich, nachdem sie gesehen haben, ich mache meine Position öffentlich, plötzlich haben sie in dunklen Kämmerchen ihre Meinung dann geändert. Aber der Faktisch, Faktisch ist ganz wichtig, die sind nicht short gegangen. Die sind nicht short gegangen. Das heißt, das war nicht ihre Meinung. Die haben keine Ahnung von Risk Management, die haben keine Ahnung von Krisenmanagement. Und das wird den Kopf und Kragen kosten. Immer, also jeder kann mit einer Aufwärtsbewegung mitgehen, das ist das leichteste Sache der Welt, aber wenige Leute können Krisenmanagement betreiben und im Cash Reserve sitzen. Im Cash Reserve, ich weiß, dass sie nach 20, 30 Prozent, die sie auf die Nase bekommen haben, erst dann glatt gestellt haben. So, und seitdem setzen sie in Cash Reserve. Die haben nicht, die haben nicht ordentliche Risk Management betrieben, die sind noch nicht short. Und zwar da, wo ich alle gesagt habe, ich bin short. Also, ich will ja nicht sagen, ich mache das richtig. Ich will ja nur sagen, also ein bisschen, ein bisschen, ja, also zumindest mal so das, was man hier macht, oder die Systematik, dem man halt ein bisschen Eigenvertrauen zu zeigen, wäre ja cool gewesen. So viel, zumindest mal meine Ehre und Respekt zum Frank Thelen, dass er das gemacht hat, ja. Also auch wenn er auf die Nase bekommt, aber, naja, der versteckt sich nicht hinter den anderen und sagt, doch, doch, wir haben ja gemacht. Nein, habt ihr nicht gemacht. Ich weiß es ganz klar von euren Absolventen. Ihr habt es nach 30 Prozent erst einmal glatt gestellt oder erst glatt gestellt, nachdem der Krieg gekommen ist. Und da war teilweise 40, 50 Prozent in Paypal und Co. im Minus. Also, bitte, sagt mir nichts. Gut, also, soweit zum Lästern, ja. Jetzt haben wir wieder gelästert. Jetzt haben wir unsere Position klargestellt, aber zu Bitcoin. Also, lasst uns mal, hier unter dem Video habe ich euch den Link reingestellt, der auch in meinem Link, auch als Post in meinem Instagram drin ist. Also, ich verstecke mich nicht. Mit Datum, Uhrzeit ist es als Post auch drin. So, soweit, so gut. Der letzte Video, die ich hier über Bitcoin gemacht habe, weil meiner Meinung nach einfach dann in einem Seitwärts war. Wir haben wann darüber gesprochen, dass der 37.000 wichtig ist. Und für mich 40.000 bis 37.000. 37.000 habe ich mehrfach in diesem Schriftlichen erwähnt. Und habe gesagt, erst einmal, wenn, ne, zum Markt kam bis zum 32.000. Und hier ist ganz wichtig, so, wie immer, wenn das irgendein Bereich ganz wichtig ist, die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt hier eine Erholung gibt, wie ich in den letzten Videos erklärt habe. Also, einatmen, ausatmen ist gegeben. Dann hat sich der Markt über die 37.000 hier ganz klar stabilisiert. Also, ne, 45.000 und die habe ich alles hier in dem Video genannt. Dann, also als Erste, als Erste, wenn er hier hält, 45.000. Dann, im Anschluss, wollten wir Stabilisierung über 37.000 haben, um ein bisschen mehr nach oben zu sehen. An dieser Spitze, da könnt ihr echt in dem Video von 29.03. hier in YouTube schauen. Der Markt war noch nicht hier an diesen 48.000 angekommen. Da sieht man ja auch, wie hier, der Uhrzeit von TradingView. Habe ich hier gesagt, meine Position ist komplett, denn Long Position ist komplett gesichert. Für mich ist hier, Achtung, Achtung, wieder angesagt. Ich habe alles gesehen, was ich eigentlich sehen wollte. Mit einem starken Impuls. Also, er war ja noch nicht hier. Habe gesagt, mit einem starken Impuls. Nach meinem System maximal 51.000. Maximal, also wir haben hier wieder die Muszile, ja. Also, Muszile, wenn der hier stabil bleibt, Muszile. Ich habe auch gesagt, ich habe meine Position gesichert und gehätscht. Das bedeutet, ich habe Long rausgenommen. Warum? Warum warte ich nicht ab? Darum, wenn der nächste Sekunde das Ding dann kerzegrader runter geht. Ich weiß, dass da ein Abwärtstrend ist und das ist der maximale Trend nach oben. So, wenn hier einen starken Impuls weiter geht, wunderbar. Wenn nicht, dann habe ich in einem falschen, wenn der Kurs runter geht, dann ist es blöd. Dann lieber in der Euphorie sichere ich meine Position ab. In der Euphorie nehme ich die Gewinne raus. Denn der Data spielt überhaupt gar keine Rolle. Auch wenn er hierher gegangen ist. Für mich spielt es keine Rolle. Hätte ich meine Position, das heißt, 1 zu 1 zu das, was ich habe, ist mir egal. Trotzdem gucke ich den Markt ganz klar ab, an, was da passiert. Und jetzt kommt es. Jetzt kommt es. Danach hat der Markt diesen Impulsbewegungen nach unten gegeben. Und meine Absolventen wieder verstehen, was ich jetzt sage. So, mit der Rückläufe ist für mich komplett ein möglicher Long in diesem Bereich. Komplett erst einmal, weil es macht gar keinen Sinn. Das heißt, die Korrektur kann wieder mindestens bis zu diesen 37.000 kommen. Brauche ich nicht. Also, komplett in Long-Position rausgegeben. Und habe kurzfristige Hedge innerhalb von ein, zwei Tagen angeschaut. Und meine Position hier erhöht. So, alles andere war Dödel-Daddel. Also, da bräuchte man mit dem ersten Impuls, der nach unten geht. Da braucht man einfach nur nichts machen. Das kennt ihr von mir. Schaut euch mal Nasdaq und Tesla und Tralala und schaut doch mal, wie ich am Anfang vorgehe. Für mich ist Sicherheit, Sicherheit, Einstiegsbereich, Sicherheit ganz wichtig. Alles andere kommt von alleine. Brauche ich nur Geduld zu haben, um an eine Systematik zu glauben. Das bedeutet, wenn du hier in einer Hedge-Position Gas gegeben hast, Long, wie gesagt, macht keinen Sinn. Dann kann es ja auch Long bleiben. Aber deinen Stopp musstest du halt unter die 37.000 dann halten. Und das wäre dann, naja, zu viel. Weil deine Gewinne wird es dann wieder, naja. Okay. Jedenfalls, für mich war erst einmal natürlich dann wieder, hier fake der Markt, der Anleger. Nur fake. Da geht immer wieder ein bisschen Erholung und diejenigen, die das gesehen haben, nichts gemacht haben, hier investieren sie. So. Und das macht keinen Sinn. Man muss den Kurs lesen von oben. Ja. Ein Impuls kommt immer von oben. Gut. Und dann hat es natürlich den Rappelzappel gegeben. Unter den 37.000 hat diesen Impuls, man sieht unter 40, unter 37, hat den Impuls sich ordentlich fortgesetzt. Und jetzt ist die Kettenreaktion nach unten. Die Kettenreaktion nach unten. Solange der Markt, ich habe ja in meinen Schreiben dann mitgeteilt gehabt, bis, also der Mindeste, was der Markt nach unten dann machen kann oder machen wird, wenn der sich unterhalb von 37.000 dann hält, dann wird Mindestziele Bereich 28.000 bis 22.000 sein. Das sind Mindestziele. Das haben wir ja gesehen. Ergo, in dem letzten Video, was ich gesagt habe, ich habe eine Position, die ich von hier mitgenommen habe, diese Position habe ich komplett glatt gestellt. Warum? Ich beschäftige mich gerade mit meiner Veranstaltung am 28.05. Ich beschäftige mich gerade mit meinen Absolventen, beschäftige mich in einem Vorhaben, dem großen Investment. Kann ich sehr gerne, falls es euch interessiert, schreibt mal in den Kommentar, ob ich das mal öffentlich machen soll. Und so weiter und so fort. Und wollte eigentlich von Bitcoin erstmal gar nichts wissen. Hab die Chance genutzt, meine Position glatt gestellt. Habe ich auch mit kommuniziert, in dem Moment, den ich glatt gestellt habe. Und dann die Position von da oben, also von ganz oben, das sieht man ja gar nicht mehr, weil es so weit weg ist. Also vom Bereich 65.000, 67.000, meine Short Position behalte ich. Die habe ich ja bei 32.000, 33.000 zum Teil eben rausgehauen gehabt. Ich habe meine Position schön gehätscht und dreifach gehätscht. Meine Hedge Position habe ich reduziert und habe ein bisschen Gas gegeben in Long und gut ist. Also diesen Long ist, wie gesagt, raus. Meine Hedge Position von ganz oben, diese minimale, die ich noch habe, lasse ich da drin. Ich habe für Bitcoin aktiv im Moment keine Zeit. Ich habe in dem letzten Video gesagt, ich bin ein bisschen wie der Zuschauer. Warum? Ich nehme immer die Filetstücke und da, wo die maximale Chancen, minimale Risiko da ist, nehme ich mit. Alles andere lasse ich für die anderen erst einmal. Okay? Denn solange der Markt sich nicht wieder über 32.000 bewegt, solange das nicht ist, solange der Markt ganz klare Richtungen nicht gezeigt hat, vor allem nach oben, wird einfach die Gefahr bestehen, der Markt geht bis Richtung wieder 25.000, 22.000. So, das ist ganz klar, musste man wissen. So einen Seitwärts, die wir im DAX und Co. sehen gerade, deswegen da ein bisschen weniger muss ganz, ich meine, ich kenne DAX in- und auswendig, aber den Bitcoin-Bewegung, nur die Großen kenne ich mich aus, beziehungsweise habe ich die Zeit nicht, in dem Kleinen zu gehen, macht als den Spread und so weiter, als Trading-Sicht, macht auch keinen Sinn. Das ist meine persönliche Meinung, jeder kann Meinung haben, wie er will. Ich nehme Bitcoin, wenn schon die größere Bewegung mit, die kleinen, wie gesagt, lasse ich bleiben. Wenn der Markt in so einen Seitwärts geht, bereitet sich auf einen False Break oder einen nächsten Impuls vor. False Break bedeutet, wenn, auf diese Richtung oder auf andere Richtung, der kann einen False Break geben und wieder nach unten gehen, er kann in diese Richtung einen False Break geben und dann wieder nach oben gehen. Wie auch immer, oder ein ordentlicher Impuls in einer oder anderen. So, man sieht das, wenn man abwarten würde und nicht in einem voreiligen, vor allem long, ja, voreiligen long geht. Wenn du gehadget hast, in dem, falls du meine schriftliche Analyse seit Januar hast, falls du gehadget hast, bist du in Ordnung, falls nicht, warte mal kurz ab, beobachte der Kurs, ob du überhaupt in eine Hedge-long-Position gehen darfst wieder. Ansonsten würde ich es nicht verpassen. Ich würde mich dann auch melden in den Stories und Co., wenn ich dann irgendeine Kanonen-Donner, also Donnerwetter, sehen würde. Dann würde ich mich ja natürlich rechtzeitig melden, wenn es mir gerade vor der Nase ist. Oder gib mir dann bitte einen Hinweis, wenn der Chorus Rambazamba macht und wenn ich gerade mit anderen Dingen beschäftigt bin. Ich hoffe, dieses Video nutzt dir deine Ideen, also ob das abwarten ist oder halt eben im Warteschort bleiben ist. Ich hoffe, dass es dir hilft und wenn nicht, frag gerne. Wenn ich die Antwort weiß, sehr gerne helfe ich euch und so weiter und so fort. Von ganzem Herzen noch einmal alles Gute zu diesem Tag an all den Männern dieser Welt. Ich freue mich persönlich, dass es euch gibt und schön, dass es euch gibt. Ihr seid eine Bereicherung für uns Frauen und euch alles Liebe der Welt. Bis zum nächsten Video. Eure Nazila. Eure Nazila. Eure Nazila. Eure Nazila. Eure Nazila. Eure Nazila.